Und damit geht es wohl die letzten Minuten des Angespielteils. Oh, Entschuldigung, die Stimme ist irgendwie weg. Dadurch... Oh, Entschuldigung, Moment. So, ich hoffe, die Stimme ist wieder da. Nein, ich wollte noch gar nicht weiterspielen. Ich wollte den Ball nur mitnehmen. Du haust ihn doch jetzt bestimmt hier runter und dann ist alles vorbei wieder. Keine Hunde am Äpfelbaum. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass es ja eigentlich nur mal angespielt ist, möchte ich das nicht unnötig in Länge treiben, vor allem dadurch, dass es ja zur Zeit kostenfrei ist. Da möchte ich euch gar nicht so sehr spoilern. Ja, das passiert von mir schon klar. Doh. Oke. Na, hoffentlich habe ich noch einen Versuch. Ja, sehr schön, habe noch einen Versuch. Ja, muss ich jetzt alles nochmal machen? Boah, ist das doof. Ah, nein, okay. Das Ball finden muss ich nicht nochmal machen. Warum steckt da eigentlich ein Haken mitten in der Erde? Ah, die Tonne liegt auch schon... die muss ich nicht nochmal umwerfen. Die habe ich beim letzten Mal schon nicht getroffen. Nein, Spike, mit dir spiele ich jetzt nicht. Gegenüber... genau, hier war noch so eine blaue Kugel. Komm ich da irgendwie ran? Wie es aussieht, noch nicht. Wo ist der Ball? Hier ist er. Also das um 200 hat schonmal nicht viel gebracht. Da ist eine Sackgasse. Da kriege ich die Tür auf. Nein. Ich glaube, Türen kriegt man hier erst ab 16 auf oder so. Ich hoffe, ich verbaue mir hier nichts damit. Wenn du mit mir spielst, dann spiele ich eben nicht mit dem Hund und der Ball fällt nicht die Klippe runter. Ah, das Vorland sieht um, wie es aussieht. Warum versuche ich es eigentlich immer wieder? Also bin ich jetzt einmal durchs Dorf gerannt und... Ah, hier ist noch... Nein, das ist eine Rentnerkugel. Ah, aber ich muss bestimmt zum Rentner. Ja, erzähle mir von deinen Weisheiten. Schöne Brücke im Hintergrund. Mhm. Mhm. Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich den Schlüssel des röstigen Rentners. Wie, jetzt komme ich nicht mehr an meinen Ball oder was? Verflixt! Und was mache ich jetzt? Ah, okay, also ich bin auf der richtigen Spur. So, ich muss das Ding umwerfen. Ah, jetzt kann ich mir das Seil klauen. Alles klar. Und kann ich mit dem Seil vielleicht hier am Haupt runter? Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einen Schritt weiter bin. Ah, okay. Doch, ich kriege hier das Tor auf. Kann meinen Ball zurückholen. Und hab keine Ahnung, was mir die ganze Schose gebracht haben soll. Ich kann es wieder zum Hund gehen. Ah. Oh, ah. Wenn ich jetzt wieder zum Bund gehe, hat sich ja auch nicht wirklich was geändert. Ich glaube, hier bin ich vorhin schon lang, ja. Vielleicht sollte ich noch einfach 20 Runden rennen. Vielleicht tut sich ja dann was. Oder vielleicht, wenn ich jetzt meinen Ball habe, kann ich damit ja den Drachen runterschießen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt gehen wir zurück zu OP. OP-Wahn. Kenn ich. Kenn ich nicht so gut. Yay, wir haben sie gerettet. Was denn das? Ach so, das war der Ball. Und er ist verschwunden. Sehr schön. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Warum denke ich hier gerade ein bisschen an den Film oben? Na, ich verknappe mir jetzt das Wort mit S. Das sieht also so aus, als hätten wir die eine Todesursache verhindert. Dafür kommt jetzt die nächste, oder wie? Also müssen wir uns durch alle vier Personen durcharbeiten, um am Ende, ja, nicht auf einen Unfall hinaus zu laufen. Jetzt ist Blondie schuld. Das war's. Okay. 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 Aber wir haben die Vergangenheit schon mal geändert. Das können wir wieder, wenn wir die Tür finden. Ich sehe allerdings auch gerade, dass die Zeit abgelaufen ist. Und somit, ja, ich bin der Meinung, ihr konntet euch ein Bild vom Spiel machen. Ob es euch gefällt oder nicht, könnt ihr ja selbst herausfinden. Ihr habt jetzt noch bis zum Ende der Woche Zeit. Also, je nachdem, wann ihr das jetzt anseht. Und, ja, könnt es selbst herausfinden. Wollt ihr das Spiel euch holen? Noch kostenfrei, gratis im Epic Store. Und lasst auch mal einen Kommentar da, ob ihr jetzt die normale Version wollt oder eher die geschnittene. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.